Freunde, heute spielen wir Klingenball-Simulator. Das heißt, wir müssen immer diesen Ball abwehren, falls der auf uns kommt. Schaut, genau der Ball ist voll, der graue und der nächste wurde erledigt. Habt ihr das gesehen? Der wurde einfach erledigt, Leute. Und der nächste wurde erledigt. Wo ist der Ball? Wo ist der Ball? Keine Sorge, Leute, falls er mehr... Oh nein, der kommt auf mich so. Der kommt auf mich so. Bam! Abgewehrt. Oh nein, nochmal. Das war's komplett. Ich hab verloren. Simlaki. Warte mal, Simlaki? Ja, Uri, ich hab schon lange verloren. Was hast du für ein krasses Schwert? Warum hab ich nicht so ein krasses Schwert? Ja, Uri, ich bin halt Profi. Schau mal, Feuerschwert. Lord, ich will auch sowas cooles. Warte mal, wo kann ich das kaufen? Hä? Hier? Nein, Uri, du kriegst es niemals im Leben. Let's go, neue Runde, Uri. Okay, jetzt werden wir alles rasieren, Junge. Und der erste ist schon draußen. Okay, warte mal, wir müssen aufpassen, dass der Ball nicht auf uns zukommt. Ey, kann das sein, dass du irgendwie ein besseres Schwert hast? Ja, Uri, du musst so wissen, ich hab schon mal hier gespielt und bin Ultra-Profi. Du bist Ultra-Profi? Ja. Was, Simlaki? Niemals, du laberst, oder? Ich bin auch am Leben und ich hab einen gekillt. Was, Junge? Als ob. Ey, Simlaki, bist ja richtig viel so im Käse, aber Leute. Und super, was ich auch noch kann, Uri. Guck, und bam. Wo hast du diese ganzen Fähigkeiten? Ja, ich sag doch, ich bin du Ultra-Profi-Hacker. Du bist Ultra-Profi-Hacker, das glaub ich nicht. Okay, Freunde, wir versuchen, diese Runde zu gewinnen. Oh, wie schnell ist der Ball? Wie schnell ist der Ball? Oh, okay. Einer wurde erlegt. Easy hat gewährt, und bam. Und jetzt bin ich dran. Let's go, nimm das. Uri, pass auf, pass auf. Du musst aufpassen. Okay, ich muss aufpassen. Ich geh einfach nach oben. Ich erledige das. Ich halte mich da raus. Ich halte mich da raus, Junge. Ich hatte kein Problem. Und, ah, nein. Er hat dich erledigt, Junge. Ich war zu schlecht, Uri. Oh, Mann. Oh. Oh, jetzt nur noch 1 für 1, Leute. Das letzte Battle. Komm her, Junge. Du bist mal verlieren, Uri. Ah, ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen. Habt ihr das gesehen, Leute? Oh, yeah. Let's go. Freunde, ich hab einfach die zweite Runde meines Lebens in Klingenball gewonnen. Und ich will unbedingt heute auch so geile Sachen vor euch halten wie du, Simlaki. Ich will auch so ein Feuerschwert. Am besten will ich... Nee, ich will ein Wasserschwert. Passt noch viel besser zu mir. Blaue Explosion? Ey, wie kann ich das alles bekommen, Simlaki? Erzähl mal. Ja, du musst... Oh, nein. Der Ballkopf läuft nicht zu direkt. Hä? Hä? Ich hab noch abgewehrt. Ich bin... Ich wurde erledigt. Du musst früher, Uri, ist immer so. Jetzt öffne Kisten für Robux. Okay, Freunde. Wir haben direkt am Anfang verloren. Dann bleibt uns nichts anderes übrig. Wir holen uns direkt einfach Kisten hier, Freunde. Aber lass uns Zeit, jetzt Kisten zu öffnen für Robux. Okay, Freunde. Dann würde ich sagen, geben wir ein paar Robux aus. Hier, 49 Robux, um den Spin here zu drehen. Vielleicht bekommen wir dann auch so ein cooles Schwert in der nächsten Runde. Komm schon. Und... Was bekomme ich? Was bekomme ich? Was bekomme ich? Komm schon, bitte was Gutes. Bitte was Gutes. Ja! Custom F... Äh, Custom Schwert, Leute. Ich hab ein Custom Schwert bekommen. Let's go! Und, ist es legendär, Uri? Keine Ahnung, wo kann ich es ausrüsten? Wo kann ich es ausrüsten? Bei deinen Schwertern, Uri, hä? Wo sind meine Schwerter? Ah, hier. Lol, hab ich dieses Schwert hier bekommen, oder was? Ja, das war das hier. Ey, das ist das Krasseste von allen. Let's go! Ich hab gewonnen! Du hast gewonnen? Was? Ja! Ey, in der nächsten Runde werde ich jetzt ein richtig krasses Schwert haben. Schau es dir an. Schau es dir an, Junge. Was für ein Schwert haben. Siehst du das, Mackie? Das ist doch viel heftiger als dein. Du hast den Auslärm wie ich? Ey, warte mal. Hast du das Gleiche? Nein, du hast ein... Warum hast du ein krasseres? Let's go! Ey, ich würd sagen, nächste Runde zieh ich hier nochmal ein Glücksrad. Hoffentlich bekomm ich dann noch was krasseres. Du hast doch so Pilschweig bekommen. Ey, ist das eigentlich wirklich heftiger? Oder ist das einfach gleich? Nee, mach keinen Unterschied. Mach keinen Unterschied? Noll. Ja, okay. Ja, okay. Aber es sieht cool aus, muss ich ehrlich sagen. Okay, jetzt mal aufpassen, dass es nicht zu mir rüberkommt. Warte, was heißt diese Fähigkeit? Oh, ich kann einfach sprinten. Kannst du Ninja-Boost machen? No, der wollte hochspringen, oder wurde der trotzdem von der Kugel ge... Aber du musst aufpassen, dass... Ich hab gedrückt. Du musst richtig früh drücken, das weiß man nicht. Aber mal richtig früh, Okri, richtig früh. Richtig früh? Leute, warum verliere ich hier die ganze Zeit? Ich hab genau dann gedrückt, wenn der Ball zu mir gekommen ist. Das ist zu schwer, Okri, früher. Warum ist der eine so hoch gesprungen, hast du das gesehen? Kann man hier irgendwie noch höher springen? Skill kannst du mit Fähigkeiten, kannst du neue kaufen. Kannst dich neue Fähigkeiten kaufen? Ich hab doch eine Fähigkeit, siehst du? Und guck mal, ob... Ey, ich will mir auch sowas holen. Kraftfeld, was ist das denn? Wow, Junge, wie krass ist das denn? Das kostet 5000 Coins und Sichtbarkeit. Hä, das ist ja auch voll cool. Ok, egal wie viele Schwerter du kriegen wirst, du wirst niemals gut sein, so wie ich. Oh Mann, vielleicht hast du da sogar recht, Junge. Ja, bist voll der Nuck, Okri. Leute, ich hab doch schon ein krasses Schwert. Ich brauch das hier gar nicht. Aber das sieht... Okay, ich behalten es. Ich finde, das sieht sogar cool aus. Hä? Ah, okay, Fähigkeiten muss man für Coins kaufen. Leute, dann würde ich sagen, kauf ich mir ein paar Coins für Robux. So, wie viele Robux wollen wir ausgeben? Hm. Was gibt uns VIP? Ich bin draufgegangen, Okri. Oh Mann, ich hol mir jetzt für 100 Robux diese 1000 Coins. Und let's go, Leute. Mal schauen, was ich mir mit 1000 Coins kaufen kann. Und was kann ich mir kaufen? Oh, ich kann mir voll viel kaufen. Donnerschlag kann ich mir auch bald Schatten drin. Ey, aber Leute, ich will was viel krasseres kaufen. Ich möchte dieses Kraftfeld. Ich glaube, das ist richtig heftig. Kann ich mir sogar kaufen? Ich hab genügend Coins, Okri. Ernsthaft? Ja. Okay, ich würde sagen, wir holen uns erstmal hier diese Plattform. Ich finde die voll cool. So, zack, ausrüsten. Ha, jetzt hab ich einfach eine Plattform als Fähigkeit. Für 400... Oh nein, der Ball kommt auf mich. Okay, jetzt darf ich nicht verlieren. Jetzt darf ich nicht verlieren. Ich hab's geschafft, Junge. Ich hab jemanden erledigt. Let's go. Noch früher drücken. Ne, noch früher. Noch früher. Oh, sch... Okay, das war so schlecht. Ey, Junge, ich hab doch mein Best gegeben. Mann. Wie, ich hab dich früh gedrückt. Ey, du Kopf, du hast die erste Runde gewonnen. Der ist verliessen nur noch. Ja, ich verliere nur noch, weil ich keine Ahnung hab, wie das geht, Junge. Man muss drücken, sobald der Ball schon in der Mitte ist oder so. Voll komisch. Ja, man muss halt früher drücken. Hab doch gesagt. Ich hab das Gefühl, die hacken alle einfach nur rein. Okay, Leute, egal. Es wird Zeit, noch mehr Fähigkeiten freizuschalten. Aber ich hab die andere Fähigkeit noch gar nicht ausgetestet. Ja, okay, ich würd sagen, wir testen erstmal die nächste hier, die wir gekauft haben, die Plattformfähigkeit aus. Und danach kaufen wir uns die nächste Fähigkeit. Okay, Freunde? Also, bis in die nächste Runde. Simlaki, warst du schon wieder gewonnen? Ja, bin der Beste. Okay, Freunde, Simlaki ist die ganze Zeit am Gewinnen. Jetzt werde ich zeigen, dass ich gewinnen werde. In fünf Sekunden geht es los. Drei, zwei, eins. Und jetzt lasst alle Likes da und ein Abo und aktiviert die Glocke. Das gibt mir Kraft, Leute, und Motivation, damit ich der Krasseste werde. Und der Ball kommt direkt auf mich. Ich darf jetzt nicht verlieren. Und zack. Wow, ich hab's geschafft, Junge. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Ich teste direkt meine Fähigkeiten. Was kann meine Fähigkeiten? Hey, warum kann ich meine Fähigkeiten? Du hast ihn geholt, Okri. Wow, ja. Ey, kannst du sowas zum Lucky nehmen? Kannst du nicht, ne? Guck mal, wie cool. Können wir aber kaufen, Okri. Okay, jetzt kann ich da drauf springen. Haha, let's go. Ihr müsst aber aufpassen. Der Ball kann auch zu dir da oben hinkommen, ne? Der kommt eh nicht zu mir, Okri. Er hat keine Chance, oder mal? Er hat keine Chance. Er hat mir nicht so sicher, Okri. Ja, ich werde mir nicht so sicher da herstellen. Du wirst gleich erledigt, Simlaki. Ich werde vor dir hier, äh, ich werde vor dir, ich werde es schaffen, also nicht. Was ich jetzt mache, ich kriege dich mit meinem Blitz. Was redest du, Simlaki, Junge? Ich nehme dich ja, ich hoffe, Alter. Okay, wollen wir sehen. Ah, nein, ich bin drauf gegangen. Du bist drauf gegangen, Junge. Ich sag doch, du bist viel schlechter als... Oh nein, der kommt auf mich, der ist so. Der kommt auf mich so. Und BAM! Ha, ich hab's geschafft. Oh nein, der kommt wieder auf mich so. Der kommt wieder auf mich so. Ich hab Angst, ich hab Angst. Ey, bitte mach auf einen anderen, nicht auf mich. Bitte nicht auf mich. Hör auf damit. Ich hab Angst. Ja, haha. Ah, jetzt ist er auf den anderen gegangen. Oh Mann, der Ball wird... Ey, der Ball wird immer schneller, ne? Umso öfter man ihn zurücksteckt, immer schneller wird er. Ja. Krass, Mann. Und der Ball kommt gleich, glaube ich, wieder auf mich. Ja, der kommt auf mich. Zack, ich hab's geschafft, Leute. Ich hab den Dreh raus. Ich weiß jetzt ungefähr, wie das Timing ist. Und jetzt kann ich's schaffen, diesen Klingball hier zu zerstören, Junge. Und jetzt schaff ich's auch, Leute. Jetzt, ich glaube, ich bin der Beste mittlerweile. Oh, ich hab ihn geholt. Ich hab ihn geholt. Und der Ball kommt wieder auf mich, aber ganz, ganz langsam. Das heißt so, zack, und aktiviert. Und jetzt kommt er wieder auf mich. Und ey, der will nicht von mir loslassen, ne? Du willst es wirklich riskieren, mich nicht mit mir anzulegen, oder? Du wirst schon sehen, du. Du wirst schon sehen, Junge, was du davon bekommst. Du wirst schon sehen, was du davon bekommst. Oh, das war knapp. Das war knapp. Es wird immer schneller. Es wird immer schneller. Ich hab Angst. Ich hab Angst. Okay. Und der wurde... Alter. Er wurde auf den anderen Gegner gespielt. Okay, okay. Jetzt macht ihr den 1-1 und ich werde mich danach einmischen. Und dann werde ich die Hopps nehmen. Den letzten werde ich Hopps nehmen. Vertraut mir, Leute. Oh, der Ball kann auch auf dich kommen, ne? Dann bist du komplett am Ende. Oh, okay, 1-1, Leute. Alter, ich hab's raus. Ich hab's raus. Okay. Boah. Ha! Du bist so schlecht. Ich hab aber gedrückt, Junge. Aber nichts ist passiert irgendwie. Voll komisch, Mann. Okay, Freunde. Egal, wir haben die Fähigkeit ausgeteilt. Ich fand die ganz cool. Aber ich will eine neue Fähigkeit. Wir holen uns die nächste Fähigkeit. Und das ist diese Unsichtbarkeit. Komm, wir holen uns die mal. Die ist bestimmt richtig cool. Wir rüsten die auch mal aus. Boah, Unsichtbarkeit. Okay, die testen wir jetzt aus, Leute. Die ist bestimmt richtig krass. Damit kann ich richtig, Simlucky, breaken. Ey, Simlucky, in der nächsten Runde. Boah, was hast du für eine Arena? Hier hab ich Angst, Alter. Hier hab ich Angst. Das ist mein Element, meine Feuer-Arena. Schau mal, ich geh jetzt in die Mitte. Der wurde einfach erledigt, Junge. Der war einfach mein Blockchild. In der Mitte, ich werde jetzt hier einen Hops nehmen. Schau, schau, schau. Komm, gib mir mal. Du gehst in die Mitte? Du traust dich wirklich, in die Mitte zu gehen? Ja, kein Problem, Uckry. Ich bin halt Profi, ne? Ey, ich hab ein bisschen Angst. Jetzt nehm ich den Hops. Jetzt nehm ich den Hops. Ey, komm her. Egal, wer ich nehm alle Hops. Ich versteck mich einfach hinter den anderen. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, er wurde erledigt. Okay, let's go, let's go, let's go. Ja, das war Michael, Michael. Ja, du bist auch nicht erledigt. Ich bin fast draufgegangen. Jetzt wirst du draufgehen. Du keine Ahnung. Ey, ey. Wie hast du mich erledigt? Das warst du, Simlucky. Warte mal, warst du das? Ja, ich war das, Junge. Ja, du Noob, Uckry. Das beweist 100%ig, dass Simlucky cooler ist als Uckry. Alter, ey, Leute. Ganz ehrlich, nächste Runde. Ich werde den Hops. Die Rache wird kommen, Junge. Ich habe noch eine coole Fähigkeit. Die Simlucky noch gar nicht gezeigt. Ich habe die Unsichtbarkeit. Ha, ha, ha. Ey, aber es hat wirklich geklappt, Leute. Eben, als ihr einen Like, da gelassen habt und ein Abo, dann wurde ich einfach viel schneller gehabt gewonnen, Junge. Ich glaube, ihr müsst es noch mal machen für die nächste Runde. Aber sowas von. Ha, Simlucky, du wurdest gerade an den E-Dip-Final. Ich habe es ganz genau gesehen, Junge. Du bist schlecht. Ey, der hatte eine Unfehl-Fähigkeit. Irgendeine Unfährate. Du hast den Karma bekommen, Simlucky. Ganz ehrlich. Und jetzt werde ich gewinnen, Leute. Ey, das Spiel macht echt Spaß. Jetzt werde ich gewinnen, Junge. Ich teste direkt meine Fähigkeiten. Was passiert? Warte mal. Ich muss meine Fähigkeit testen, wenn der Ball auf mich zukommt. Guck mal, wir gehen jetzt dahin. Das ist nicht so eine gute Idee, Okre. Boah, die ist ja voll auf mir, die Fähigkeit. Habt ihr das gesehen? Ich bin einfach jetzt unsichtbar und der Ball kann mich nicht hitten. Lol, der Ball ist einfach von mir weg, weil ich unsichtbar geworden bin. Ey, wie cool ist das denn? Boah, das ist voll die Camper-Fähigkeit. Ich liebe es. Ah, du bist draufgegangen, Hase, Simlucky. Aber Okre, wo bist du eigentlich? King, ich hab dich gar nicht gesehen. Du bist schon viel früher draufgegangen, oder? Nee, 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 nee. Ich bin einfach nur krass, Junge. Oh, der Ball kommt auf mich zu. Aber kein Ding. Kein Ding für den King. Oh, nein. Wo, Junge? Wo ist denn hingesprungen? Okay, okay, okay. Was passiert hier? Was passiert hier, Leute? Wow. Oh, der Ball ist so schnell. Ich hab Angst. Okay, wenn der Ball auf mich zukommt, ich geh einfach unsichtbar. Ich geh einfach unsichtbar, Leute. Oh, Alter, der springt ja. Junge, der macht mir voll Angst mit seinen Sprüngen. Oh, der wirft einfach von oben. Ich seh den Ball gar nicht kommen. Okay, warte mal. Wir machen so ein Feld hier. Jetzt sehen wir ein bisschen mehr von der Arena. Okay. Ey, Blackie, vertraue mir. Diese Runde werde ich gewinnen. Diese Runde werde ich gewinnen, Junge. Haha. Niemals. Doch, werde ich. Und bam. Ja, ich hab ihn erledigt. Let's go. Oh, das ist ja richtig krass, Alter. Ich bin auch krass, Digga. Ich sag doch, ich bin krass. Okay, jetzt pass auf, Junge. Jetzt pass auf. Ich geh unsichtbar beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal, wenn der auf mich zukommt, hab ich geh unsichtbar. Unsichtbar? Warum kannst du unsichtbar gehen? Wie krass. Ja, ich hab eine Fähigkeit gekauft. Damit kann ich unsichtbar werden. Oh, yes. Richtig gehört zum Lucky. Wow. Cool, Junge. Oh, ja. Das ist mega, mega cool. Okay, mal schauen, wo der Ball ist. Oh, nee. Ich glaub, der kommt jetzt. Oh, nee. Dort vorne. Okay, okay, okay. Die kämpfen jetzt. Ey, ich lass die anderen immer kämpfen. Ah, nein. Jetzt kommt er auf mich. Aber warte mal. Zack. Haha. Jetzt bin ich unsichtbar. Und jetzt kann der Ball mich nicht hitten. Oh, yeah. Let's go. Oh, nein. Ich hätte die Fähigkeit lieber am Schluss anwenden sollen. Wenn ich nur noch im 1 plus 1 bin. Jetzt kann der Ball wieder gleich auf mich kommen. Ich hab Angst, Junge. Und. Oh. Okay, das war knapp. Das war knapp. Oh, nein. Ich hab Angst, Junge. Ich hab Angst. Hey. Nicht auf mich. Hör doch auf. Hör doch auf, mal. Nicht auf mich. Ich konnte nicht hitten. Leute, es war zu früh. Der Ball war zu früh. Ich konnte nicht hitten. Ja, der Ball. Irgendwann wird der Ball so schnell, dass man es gar nicht mehr abwehren kann. Ne, Simlaki? Und ich war anscheinend der, der es nicht mehr abwehren konnte. Das war ja richtig unfair. Egal, meine Fähigkeit ist richtig cool. Und gleich werde ich damit Simlaki erledigen, Leute. In der nächsten Runde. Haha. Simlaki, jetzt kill ich dich aber. Oh, du hast schon den ersten Kill gemacht. Was? Ja, und jetzt mach ich den nächsten Kill. Okay, ich mach jetzt alle Kills hier. Basta, noch die Kill. So, Alter. Wie viele Kills machst du, Simlaki, Junge? Wie krass hast du das denn? Scheiße, ich bin krasser. Hör doch aufpassen. Junge, wo ist denn der Ball hingeflogen? Ja, der ist zu mir geflogen. Ich hab ihn abgewehrt. Okay, der kommt auf mich zu. Und zack. Ich hab ihn auch eingeholt. Let's go. Der ist cool abgewehrt, obwohl der so schnell war. Oh ja, ich bin krass. Oh ja, was war das denn Simlaki? Donnerschlag? Ja, das war mein Donner-OP-Blickschlag-Teleportationsschlag. Wow, okay, das war krass, Junge. Jetzt schau, warten doch mal. Zack, easy. Der Ball ist gar nicht abzuwehren, wenn du den so mit dem Donner hittest, oder? Ähm, vielleicht, Okri. Ich verrate dir nicht meine OP-Taktiken-Skills. Was, Junge? Das ist ja voll unfair. Das ist eine Basta, Mama. Ey, dieser Donnerschlag ist voll krass, Leute. Habt ihr das gesehen? Nee, Okri, das ist einfach nur Skill. Gleich bist du erledigt. Ich werde jetzt auch alles zerstören, Junge, vertrau mir. Jetzt werde ich auch alles zerstören, Okri. Dich werde ich auslöschen. Am Ende machen wir 1 vs. 1. Nein, 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 Simlaki. Du wirst schon vor mir raufgehen. Du wirst auf jeden Fall nicht im Finale stehen mit mir. Bam, zack. Guck mal, ich erledige jetzt alle hier. Alter, Simlaki macht hier eine richtige Schau. Ich mache gar nichts. Bam, bam. Easy peasy, Kohannis peasy. Ah, du warst erledigt. Taha. Junge, Simlaki, du bist ja richtig schlecht, Alter. Nein. Und ich bin auch erledigt, Junge. Wie schlägt es denn? Warte, ich gehe jetzt vorher unsichtbar. Oh, ich kann nicht unsichtbar gehen. Ey, ich kann nicht unsichtbar. Ich kann nicht. Hallo, ich wollte unsichtbar gehen. Ich konnte nicht unsichtbar gehen. Und ich glaube, das lag daran, weil wenn ja nur noch zwei Leute da sind, dann kann man nicht mehr unsichtbar gehen. Dann geht das nicht. Ja, oder soll ich das wissen? Kannst du mir das mal sagen? Soll ich das wissen, soll? Alter, Mann. Ja, Okri, das ist dein Problem. Du kaufst dir hier Sachen für Robux. Okay, so, zack, wir rüsten jetzt das krassere Schwert aus, Junge. Das ist das Heftigste von allen, Junge. Damit werde ich jetzt alles rasieren, Leute. Ich gehe jetzt in die Mitte. Und jetzt rasier ich die Runde alles. Ich bin unsichtbar? Oh, Leute. Ich bin einfach unsichtbar, Leute. Let's go. Und ich werde wieder jeden Fall... Oh, da bist du ja, Okri. Da bin ich, Junge. Ich habe mich unsichtbar gemacht. Du bist einfach schotten. Schotten bist du, Alter. Zack. Jetzt kommt der Ball auf mich zu. Und... Shadow Master. Okri, das ist ein... Boom. Erledigt, Junge. Ich bin viel zu krass, Alter. Ey, du bist echt voll gut, Okri. Du bist voll gut, Okri. Weißt du, das mache ich. Ich erledige dich. Junge, was war das? Ich habe ja noch nie so etwas Schlechtes gesehen, Junge. Das war voll unfair. Ich habe noch nie so etwas Schlechtes gesehen, Okri. Das war ja richtig Snoophaft. Nein, Okri. Junge, wie schlecht bist du, Alter. Okay, wenn der Ball jetzt nochmal auf mich kommt... Ich gehe einfach unsichtbar. Ich gehe einfach unsichtbar. Okay, und jetzt... Zack, unsichtbar. Habt ihr das gesehen, Junge? Ich bin unsichtbar gegangen. Und der Ball ist dann nochmal zurück auf den Gegner gegangen. Leute, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, ehrenloser Move, sage ich ganz ehrlich. Nein, nein, nein. Das ist voll der Ehrenmann-Move. Voll ehrenlos, Alter. Voll ehrenlos. Was laberst du, Junge? Was für ehrenlos. Hoffentlich gehst du jetzt drauf. Nee, ich gehe auf keinen Fall drauf. Guck mal, ich verkämpfe mich hier wieder. Doch, doch. Komm schon. Und, Okri, schau. Schau gleich dein Ende. Ich sag dir. Ich warte, bis ich gleich meine Fähigkeit wieder verwenden kann. Ich schieße nicht auf dich, Okri. Guck, guck, pass auf. Nein, nein, nein. Die schießen nicht auf mich. 100% nicht. Du musst aufpassen. Guck mal, der rennt die ganze Zeit und gleich könnte das auf dich gehen. Ja, jetzt geht's auf dich. Okay, guck mal, jetzt geht's auf mich und jetzt. Bam, zack. Haha, den auf hinter mir. Es geht nicht auf dich. Und zack, nimm das. Aufpassen, aufpassen. Keine Chance, Junge. Ich werde gleich unsichtbar gehen. Keine Chance. So, wenn der noch mal auf mich kommt, dann gehe ich einfach unsichtbar. Jetzt, jetzt, jetzt. Haha. Ich hab die Hops genommen, ich hab die Hops genommen. Wow, der hat einen richtig krassen Schlag gemacht. Guck mal, die haben keine Chance, weil ich gehe einfach unsichtbar. Ich gehe einfach unsichtbar und die können mich gar nicht sehen. Ich sehe mich selber nicht. Ah, da vorne bin ich, ja, Leute. Guck mal, jetzt. Jetzt kämpfen die die ganze Zeit. Und jetzt. 1,1, Leute. Ich gegen ihn. Wer wird gewinnen? Oh, was ist denn der Ultra-OP-Schlag? Der richtig roten Schlag. Du musst richtig aufpassen, Okri. Wenn er den macht, musst du richtig aufpassen. Oh, ja. Ja, das war's komplett. Ey, so Blaki, warum hast du mich früher gesagt, dass du ein OP-Schlag hast? Ey, der hat er gar nicht angewendet, Okri. Das war's einfach schlecht. Was? Ernsthaft? Ja. Okay, Freunde. Das ist die letzte Runde. Und jetzt machen wir das spannendste Duell aller Zeiten. So, Blaki, jetzt kommen wir aber her. Jetzt kommen wir aber her, Junge. Jetzt werden wir ins Finale kommen, Okri. Junge, jetzt bin ich auch Profi. Jetzt bin ich auch Profi. Jetzt gehe ich auch hier überall in die Mitte und werde alles passieren. Okay, mach kein Risiko. Wir machen jetzt die krasseste Runde. Nein, ey, was für ein Risiko. Ich bin der krasseste, Digga. Was für ein Risiko. Und bam, unsichtbar. Haha, let's go. Hast du das gesehen? Das ist richtig OP, Junge. Junge, aber das ist Käfer-Taktik. Ey, Leute, das ist die letzte Runde. Und jetzt werde ich Simlaki komplett rasieren. Ihr müsst jetzt alle nochmal ein Like da lassen und ein Abo, damit wir gewinnen, Leute. Ihr habt kein Like da lassen. Deswegen wurde ich nur Zweiter. Deswegen wurde ich nur Zweiter. Okay, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon, kommt schon. Und der Ball kommt auf mich. Und nehmt das Ball. Let's go. Und, guck mal, der Ball verfolgt ihn. Und er hat ihn erledigt, Junge. Der hat den Ball gar nicht kommen sehen. Was ist ein Noob? Man muss den Ball immer im Auge haben, weil man weiß es nie. Vielleicht geht der bei den Ende. Oh, Simlaki, du bist ran. Oh nein, oh, jetzt bin ich. Hey, Simlaki. Ich will gegen dich. Dein Ernst, Junge? Ich hatte gerade Angst, Junge. Du wolltest mich gerade erledigen. Ich habe es ganz genau gesehen, Junge. Du wolltest mich gerade erledigen, Simlaki. Das wollte ich vielleicht, Ucri. Junge, ich dachte, wir sind zu zweit im Finale am Schluss, Junge. Ist das dein Ernst? Ja, egal. Ich hatte hier auch die Tür aus, halt. Okay, okay, okay. Der hier vor mir, okay. Jetzt unsichtbar. Hopps genommen. Let's go, Alter. Ich liebe es unsichtbar zu gehen, Junge. Das ist so cool. Aber vielleicht hätte ich mir das aufsparen sollen. Oh nein, oh nein, ich habe Angst. Der Ball wird super schnell. Oh, okay. Okay, ups. Na, alles gut, Junge. Ich dachte, wenn ich dann nicht mehr unsichtbar bin, dass der Ball dann wieder auf mich geht. Daher vorhätte ich mal mega Angst. Warum geht der auf mich, Junge? Warum geht der auf mich? Warum geht der auf mich, Ucri? Warum geht der auf mich? Ey, Simlaki! Ich wollte das nicht, Ucri. Ich wollte nicht, dass der auf mich geht. Dein Ernst? Wo war erledigst du mich? Oh, Mann. Ich gewinne jetzt für dich, Junge. Für deine Ehre. Okay, mal schauen, was Simlaki jetzt macht, Junge. Mal schauen, okay. Okay, ey, Leute, wisst ihr was? Falls ihr mehr Videos von Klingball sehen wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, Junge. Ich bin der Beste da drin. In der nächsten, ey, nächsten Folge, wenn wir noch mal eine Folge machen. Ich werde alles rasieren. Ich werde alles rasieren. Okay, also, Leute. Das Like da, abonniere die Klappe, aktiviert die Glocke. Und drückt jetzt schnell auf die nächste Folge. Und abonniert Simlaki. Ciao, ciao. Und Simlaki schaffst du's? Ne, du hast verloren. Nein! Nein! Nein!